Ey, ey du da, du musst vorsichtig sein, irgendwo soll jemand rumlaufen, der erzählt unaufgefordert Friday-Facts. Pass bloß auf dich auf. Und damit herzlich willkommen beim Blog-Eintrag Nummer 344, der Entwickler. Heute warten zwei interessante Themen auf uns. Erstens geht es um die Übergänge zwischen den einzelnen Feldern, die sogenannten Tile-Transitions und zweitens geht es um einen neuen Weltrekord im Speedrun. Die Gelegenheit selbst einen Weltrekord aufzustellen, gebe ich dir jetzt, indem du möglichst schnell auf den Abo-Knopf und den Like-Button drückst. Mach es schneller als jeder andere und du gewinnst nichts, aber du verlierst auch nichts. Die Folge heute beginnen wir mit einer kleinen Geschichtsstunde. Ja, ich weiß, ich höre euch schon jubeln. Ach, wie war es schön, damals zu Zeiten des Blog-Eintrags Nummer 199. Wir schrieben das Jahr 2017, niemand dachte an das Coronavirus, wir durften alle noch zur Arbeit gehen und die Entwickler dachten im Traum nicht daran, dass das Spiel jemals fertig sein könnte. Es war die Zeit der Version 0.15 und dort gab es visuelle, ich nenne es mal, Grenzerfahrung. Schaut euch diese beiden wunderschönen Förderbänder an, die scheinbar auf einer winzigen Landzunge schweben. Waren es damals etwa Hover-Transportbänder, die wir heute schmerzlich vermissen? Nein, nein, ganz und gar nicht. Diese visuelle Ungereimtheit ist dem Umstand geschuldet, dass damals diese Transition, also der Übergang von einem Terror zum anderen, auf die Landfläche gelegt wurde und nicht auf die Wasserfläche, wie es dann ab 0.16 der Fall war. Um besser zu verstehen, wie das mit diesen verschiedenen Übergängen funktioniert, gucken wir nochmal in die Friday Facts 214, denn da haben wir tatsächlich eine sehr schöne Animation. Ja, es beginnt alles mit dem ersten Schritt, dass Faktorio sich nur anguckt, welcher Geländetyp ist auf welchem Feld in der Spielwelt. Und dann kommen verschiedene Arbeitsschritte, in denen dieser Übergang aufgebaut wird. Ihr seht das hier wunderbar in dem GIF. Zurück in die Gegenwart. Ihr fragt euch wahrscheinlich schon, Seno, warum erzählst du uns das alles? Naja, ich hab doch sonst keine Freunde. Oder vielleicht, weil es das Thema des heutigen Blog-Eintrags ist. Denn während die Optik des Spiels natürlich sehr wichtig ist, kommt es doch auch darauf an, wie Faktorio sich anfühlt. Deshalb haben sich die Entwickler dazu entschlossen, der Spielfigur die Möglichkeit zu geben, über winzigste kleine Wasserflächen laufen zu können. Guckt euch das an, unser kleiner Fabrikbesitzer macht wirklich große Schritte, da sollte es doch kein Problem sein, von einer dieser Inseln zur anderen zu springen. Wenn man jetzt aber diesen Übergang zwischen den einzelnen Geländefeldern ausschaltet, dann kann man sehen, dass unsere Spielerfigur immer über ein Feld festen Boden, also Landfill, läuft und dann über ein Feld Wasser, als könnte er dasselbige in Wein verwandeln. Dass ihr da überhaupt drüber laufen könnt, liegt daran, dass Faktorio eine Logikabfrage im Hintergrund schaltet, die quasi guckt, ist dieses Feld in der Höhe oder in der Breite nur ein Feld tief, dann dürft ihr drüber laufen. Diese Abfrage passiert aber nur für euren Fabrikbesitzer, nicht für die Aliens. Das heißt, ihr könntet theoretisch ein kleiner Exploit, ein Feld großen Graben um eure Basis ziehen, die Beißer würden nicht rüberkommen und ihr könntet darüber spazieren wie ein junger Gott. Ist natürlich schon ein bisschen wie Cheaten, aber hey, ihr sollt ja so spielen, wie es euch Spaß macht. So, aber worauf läuft mir jetzt das Ganze hinaus? Na ja, Clonen, der Verfasser dieses Textes, hat ja eine Mod geschrieben, die sich da nennt Mining Drones, die ihr auf dem Mod-Portal finden könnt. Das ist eine lustige kleine Mod, die ich auch vorgestellt habe. Wir können mal hier ganz kurz reingucken, dann seht ihr hier, was passiert. Ihr habt im Grunde eine kleine Armee von Fabrikbesitzern, die für euch die Erze abernten können. Ist eine super coole Mod, wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert und 6 Minuten Zeit habt, den Link zu der Mod, den kopiere ich mal da oben rein, dann könnt ihr da raufklicken, euch das hier nach dem Video angucken. Macht super viel Spaß, ist super clever. Aber natürlich sind diese Figuren, die hier rumlaufen, keine echten Fabrikbesitzer. Es sind ja eben nur Bergarbeiter-Drohnen und die benutzen nun mal die Wegfindung von den Aliens. Konnten also auch nicht über dieses Wasser laufen, obwohl unsere Spielerfigur das ja kann. Das hat Clonen ein bisschen gefuchst. Er hat sich also dran gemacht und dafür gesorgt, dass dieselbe Logik auch von diesen Drohnen benutzt wird, woraufhin ein paar Bugs entstanden sind und sich die Bug-Reports im Forum gehäuft haben. Es ging dann auf Spurensuche und sie haben rausgefunden, dass obwohl schon immer dieser Code in Faktorio drin war, dass die Beißer diese Logik für die Wegfindung auch benutzen könnten, die halt nicht aktiviert war, um Performance zu sparen. Man hat sich dazu entschieden, es ist uns wichtiger, dass die Aliens schnell ihren Weg finden, ohne viel CPU-Leistung zu fressen, dann können sie halt nicht über Wasser gehen wie die Spielerfigur. Aber nachdem man diesen Code für die Mod aktiviert hatte, kam es eben zu Fehlern, die Clonen mittlerweile aber aus dem Spiel rauspatchen konnte. Aber damit nicht genug, denn Clonen arbeitet seit geraumer Zeit auch an einer zweiten, sehr einheitenlastigen Mod. Und zwar den sogenannten Transportdrohnen. Und die funktionieren etwas hakelig. Die haben quasi einen Scanner um sich herum und gucken sich die Tiles um sich herum an und gucken, wo darf ich langfahren und wo nicht. Ich habe eine ähnliche Mod auch schon mal vorgestellt und habe die für mein Niki-Lauder-Gedenk-Video benutzt. Auch das werde ich da oben einblenden. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, würde mich freuen. Da sind mehrere, ich weiß nicht, da saß ich Tage dran, um das alles zu konzipieren. Ein paar Leute aus der Community waren dann dabei. Wir sind alle in einen Rennwagen gestiegen und haben auf einer Map ganz automatisch, ohne dass wir selbst lenken mussten, einen Rennparcours abgefahren. So ein bisschen wie damals mit den Carrera-Autos. Total geil. Kann ich euch gerne nochmal erklären, wie das genau funktioniert. Mod, wie gesagt, beziehungsweise das Niki-Lauder-Gedenk-Video zeige ich euch oben. Das blende ich ein. Guckt euch das gerne mal an. Der hat es verdient, der Gute. So, auf jeden Fall könnt ihr sehen, Niki-Lauder ist nicht so gefahren wie dieser Panzer, der hier über die Straße kommt. Das liegt daran, dass einfach die, soll ich denn das sagen, die Logik, die dahinter ist, dass die sich die angrenzenden Felder anguckt, nun mal sehr hakelig ist, weil in Wirklichkeit die Factorio-Welt ja aus diesen kleinen Vierecken und Quadraten besteht. So, und dann sieht man halt, dass er quasi auf dem Raster immer zwischen zwei Feldern hin und her zappelt, weil gerade wenn etwas so diagonal gebaut ist, ist es ja immer so eine Zickzack-Form und das sieht man dem Panzer eben an. Klonen hat sich dann aber nochmal drangesetzt und diese Wegfindung überarbeitet und guckt euch mal das Resultat an. Er sagt, er ist noch nicht fertig damit, aber die ersten Resultate sind schon beeindruckend. Das Auto verlässt zwar hin und wieder aufgrund des Speeds die Strecke ganz, ganz knapp, aber es sieht so viel flüssiger und natürlicher aus. Die Leute, die mir öfter zugucken, wissen genau, was jetzt kommt. Und ich mag es immer, wenn man Mod-Machern viele tolle Möglichkeiten und Werkzeuge in die Hand gibt und das hier, da scheint auch wieder etwas zu sein, womit da ein oder andere begabte Factorio-Programmierer arbeiten kann. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich so als Streamer arbeite, dann kommt gerne vorbei. Ich blende euch den Link zu meinem Twitch-Kanal unten ein. Zur Not klickt da in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link auch. Kommt da mal vorbei, von 18 bis 20 Uhr spielen wir da momentan immer Factorio in der Crastorio-Mod-Version und ja, haben immer eine schöne Zeit, haben immer gute Laune. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch sich dorthin verirrt. Kommen wir zum letzten Thema des Blog-Eintrags. Ein neuer Weltrekord ist da. Eine Stunde, 15 Minuten, 21 Sekunden für Factorio-Speedrun Any Percentage. Any Percentage. Das ist schon verdammt beeindruckend. Jetzt muss man aber wissen, dass Any Percentage bedeutet, dass man sich die Regeln und die Optionen quasi selbstständig auswählen kann. Das heißt, man kann den perfekten Map-Seat nehmen, man kann die Map so oft üben, wie man möchte und vor allem, man kann mit bis zu acht Spielern spielen. Es ist also nicht die Leistung einer einzelnen Person, sondern eines Teams, das sich da nennt Team Steel Akes. Genau. Seno ist nicht Team von... Teil. Teil-Team. Team-Teil. Teil-Team-Team-Team-Teil. Seno ist nicht Teil von Team Steel Akes, was dann wohl auch erklärt, dass der Weltrekord noch über 60 Minuten liegt. Für mich sind das Amateure. Aber die Leute, die bei mir öfter im Livestream sind, wissen, wovon ich rede. Aber es ist natürlich trotzdem eine beeindruckende Leistung für normale Fabrikbesitzer. Einer der Entwickler selber ist in dem Team und arbeitet da halt mit. Und sie sagen auch, die größte Arbeit ist gar nicht das Speedrun selbst, sondern sich das alles errechnen und genau überlegen, wer wann was macht. Da gibt er ein paar Einblicke darüber, wie das Team arbeitet. Zum Beispiel setzen sie sich eine Zeit, zum Beispiel hier eine Stunde 15 Minuten und dann wird rückwärts gerechnet. Welche Materialien brauchen wir für die Rakete? Wann brauchen wir welche Forschung? Und dann rechnet man das rückwärts zurück quasi und sieht deshalb auch, dass er hier oben so eine schöne Einblendung hat, wann was geschafft werden muss und wann was bereit sein muss, um diese Zahl, um diese Zeit zu erreichen. Das Ganze wird dann so aufgeteilt, dass jeder von den acht Spielern eine einzelne Aufgabe hat. Einer kümmert sich zum Beispiel, wo haben wir das hier? Sulan kümmert sich nur ums Mining. Bilka kümmert sich nur um das Schmieden, also das Schmelzen meine ich. Und Anti-Elitz kümmert sich um das eigentliche Bauen der Fabrik. und so hat jeder seine eigenen Aufgaben und das hat zum Beispiel auch zum Vorteil, wir können mal ganz kurz reingucken, ich muss immer ein bisschen aufpassen wegen fremden Content und so, das ist nicht so ganz einfach. Aber ihr könnt es hier direkt am Anfang sehen, guckt euch das gerne mal in Gänze an, das ist sehr, sehr interessant, dass alle Spieler hier vorne ihre Kiste hingepackt haben, aber wir sind gerade nur ein paar Sekunden drin und dadurch, dass ja jeder Spieler Eisenplatten im Inventar am Anfang, kann er sich direkt dran machen und craften. Und er kümmert sich halt nur um sein eines Projekt und alle anderen kümmern sich um ihre Projekte und so greift das alles ineinander wie, passt auf, Zahnräder in einer wunderbaren Fabrik. Bevor wir das Video jetzt beenden, geht nochmal mein ganz herzlicher Dank raus an die Patreons. Ihr helft mir, meine monatlichen Unkosten einigermaßen aufzufangen, dafür möchte ich euch danken. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Also liebe Zuschauer, feiert die Leute, die gleich im Patreon-Endscreen aufgezählt werden, mal bitte genauso sehr wie ich das do, weil die haben es wirklich verdient. Die unterstützen jemanden, der sich hier Mühe gibt und dafür möchte ich mich, wie gesagt, wirklich, wirklich herzlich bei euch bedanken. An alle anderen und natürlich auch an die Patreons, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, geht umsichtig mit euren Mitmenschen und mit euch selbst um und nutzt die neu gewonnene Zeit und lasst die Fabrik schön wachsen. Wir sehen uns im nächsten Video, bleibt so geil, wie ihr seid. Ganz besonderer Dank geht raus an Cyberbone, Nanane und Pixelcrafter. Ihr seid legendär und ihr wisst es. Wir sehen uns im nächsten Video, bleibt so geil, wie ihr seid.